Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, das ist der Christbaum, den wir von unten immer wieder wunderschön beobachten konnten. Jetzt einmal aus unmittelbarer Nähe. Also ein eher symbolischer Christbaum. Und hier eben ein gigantischer Blick auf Wien von der Aussichtsterrasse, die schauen wir uns gleich in weiterer Folge an. Ja, und die letzten Tage war es nicht so diesig, aber ich zoome einmal herbei. Das muss die Kirche am Steinhof sein. Ja, aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Ja, da oben ist noch der Kobenzl schön zu sehen, mit der Sobieski-Kirche. Gewaltiger Ausblick auf ihn. Und hier befinde ich mich eben auf der Aussichtsterrasse. Und das hier, unschwer zu erkennen, die Franz-Ferdinand-Schutzhütte noch nicht. Und hier unten die Weingärten, aus denen ich immer wieder einige Videos gemacht habe. Gut, das war's. Ende. Ja, hier noch ein Blick auf unsere zwei PR-Windräder neben der Autobahn, die sich eigentlich immer drehen, ob Wind geht oder keiner. So, aber jetzt ist endgültig finito.